Präsentiert von indesignpodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. OpenType-Fonds sind ein auf Unicode basierendes Fondsformat für den Einsatz mit internationalen Zeichen sowie typografischen Finessen. Sie haben diese mit InDesign CS5 installiert und erkennen sie durch ein schwarz-grünes O. Mehr zu OpenType erfahren Sie in diesem Video. Die OpenType-Fonds sind ein auf Unicode basierendes Fondsformat, was wir in InDesign CS5 nutzen können. Für internationale Texte, aber auch für typografische Finessen. Ich habe hier vier Texte dargestellt und diese vier Texte sind die Präambel der EU. Und dabei beginnen wir mit dem deutschen Text. Dann haben wir hier den französischen. Und auf dieser Seite haben wir hier den slowakischen und den ungarischen. In dieser Wiedergabe ist das kaum zu erkennen. Es sieht alles ganz prima aus. Aber wenn wir mal in die Layout-Vorschau gehen, dann sehen wir lauter fehlende Zeichen, die uns hier rosa Farben unterlegt, dargestellt werden. Und das sind also alles Zeichen, die in diesem Font jetzt fehlen, die hier nicht wiedergegeben würden. Das heißt, wir können das Ganze natürlich nicht so in der Form drucken. Ein Slowake oder ein Ungar würde uns glatt für verrückt halten und uns das Dokument um die Ohren hauen. Deswegen kommen wir mal zu dem Thema OpenType. Hier verwende ich konkret die Baskerville als Beispiel für eine Schrift, die nicht ausgebaut ist, die also nicht zusätzliche Zeichen hat. Sie kann also auch solche Texte nicht darstellen. Wenn wir stattdessen mal alle Textrahmen hier markieren und wir stellen jetzt einfach alles mal mit der Minion Pro dar. Die Minion Pro ist auf jedem InDesign-Rechner installiert, mit InDesign zusammen. Und damit sehen wir, wir haben keine rosafarbenen Lücken mehr. Alle Zeichen werden einwandfrei dargestellt. Diese gelb hinterlegten, das ist keine Warnung, das zeigt einfach nur, wo InDesign automatisch Ligaturen eingesetzt hat. Wir sehen also, der gesamte Text wird einwandfrei dargestellt, inklusive aller sogenannten diakritischen Zeichen. Das sind also Zeichen, die hier mit sehr vielen Akzents daherkommen und Sonderzeichen. Konkret in einem solchen Font sieht das so aus. Im Menü Schrift suchen wir uns beispielsweise die Palette der Glyphen. Und dabei sehen wir jetzt in den aktuellen Font einmal hinein, in die Minion Pro. So, diese Palette ziehe ich mir hier mal ab. Und wir sehen, in diesem Font gibt es schon sehr viele Ziffernformate, dazu komme ich gleich. Aber es gibt auch sehr viele Sonderkombinationen und Zeichen von Buchstaben, auch typografischer Art, die hier miteinander kombiniert werden können. Und die in sehr unterschiedlichen Sprachen eingesetzt werden. Im Französischen, aber auch im Tschechischen oder Slowakischen werden die meisten diakritischen Zeichen im europäischen Vergleich verwendet. So ein gesamter Font wie die Minion Pro, der hat ganz schön viele Buchstaben, auch kyrillisch übrigens, um hier kyrillischen Text darzustellen. Doch ich möchte Sie jetzt nicht hier langweilen mit dieser Masse an Zeichen, sondern ich möchte Ihnen zeigen, wie wir damit auch weiter gestalten können. Also zunächst, der Text ist einwandfrei wiedergegeben. Jetzt gehen wir an die nächste Position, das machen wir hier mal mit dem deutschen Text. Und wir können hier konkret die Ziffern einstellen. Das bedeutet, dass wir die Ziffern austauschen, nicht durch Versalziffern, so wie hier, sondern wir können andere Ziffernformate verwenden, wie beispielsweise Medievalziffern. Diese Medievalziffern, die kann ich hier in diesem Palettenmenü der Steuerungspalette aufrufen, und zwar unter der Rubrik OpenType. Hier haben wir die proportionalen Medievalziffern. Und die rufe ich einfach auf und die werden hier ersetzt. Die werden auch gleich gelb hinterlegt als Markierung, dass diese Zeichen hier durch ein anderes Zeichen dargestellt werden. Aber natürlich bleibt es jeweils diese Jahreszahl. Das gleiche mache ich hier noch einmal mit dieser Ziffer, mit der 1950. Und auch damit werden hier gleich diese typografischen Feinheiten eingesetzt. Also eine sehr schöne Geschichte, um hier mit diesen Medievalziffern zu arbeiten. Dazu gibt es auch Möglichkeiten, mit echten Kapitelchen zu arbeiten. Das bedeutet, ich wähle hier OpenType und ich wähle hier die Möglichkeit, die Kapitelchen aufzurufen. Alles in Kapitelchen. Somit sehen wir, wie diese Buchstaben dargestellt werden. Das Ganze kann ich übrigens auch übertragen, wenn ich jetzt hier weitere Eigennamen habe. Ich nehme einfach das Pipettenwerkzeug aus InDesign. Das versteckt sich hier hinter dem Maßwerkzeug. Ich klicke einfach in den Text hinein. Und dabei wird hier das Ganze übertragen. Das Ganze kann ich auch so jetzt in dieser Markierung hier verwenden. Somit werden diese Eigennamen bereits als Kapitelchen dargestellt. Wenn ich mal wieder in den Layout-Modus zurückgehe, in den Vorschau-Modus mit der Taste W, so werden diese Eigennamen auch in Kapitelchen durchgehend wiedergegeben. Sie sehen also, da steckt eine ganze Menge drin, ohne dass ich mit dem Zeichenwerkzeug einen anderen Font auswählen muss. Das wird alles mit einem Font wiedergegeben. Diese Positionen sehen wir jetzt hier gelb und natürlich könnten wir das hier entsprechend noch fortsetzen in den anderen Spalten und in den anderen Sprachen.